Willkommen zurück bei Abnehmen ohne Verzicht, dein Podcast, um nachhaltig und mit Leichtigkeit deinen Wunschkörper zu erreichen. Heute habe ich eine sehr spezielle Folge für dich, es geht nämlich um das Thema Umfeld beim Abnehmen. Viele Leute wissen oder haben bestimmt schon diesen Spruch gehört, dass man der Durchschnitt der 5 Menschen ist, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Das hat man einmal in der Persönlichkeitsentwicklung, das hat man einmal vielleicht im Finanz- und Business-Kontext, aber bei dem Spruch ist auch viel Wahres dran im Bereich Abnehmen und Fitness. Ihr merkt, ich mache heute keine halben Sachen, ich spreche direkt rein und es geht direkt mit Content los, denn es ist nämlich so, oder vielleicht magst du mal selber reflektieren, wie es bei dir generell in deinem alten Umfeld so war. Früher mal, wenn du dir dachtest, okay, hey, ich bin gerade auf meiner Fitnessreise, früher war das eher weniger der Fall, da kannst du dir mal gerne überlegen, haben sich deine Freunde seitdem auch verändert? Weil ich kann dir mal erzählen, bei mir war es zum Beispiel so, dass wie ich angefangen habe mit dem Training, da hatte ich ein komplett anderes Umfeld, da war glaube ich niemand oder so trainieren. Ich war glaube ich der Erste von meinen Freunden, der irgendwie im Fitnessstudio war, außer dann von den neuen Freunden, die ich danach kennengelernt habe, aber dazu kommen wir noch. Und ja, das war einfach ein bisschen komisch, weil ich kann mich noch erinnern, dass die meisten sich darüber lustig gemacht haben, dass ich anfange mit dem Fitnessstudio mit 15 und anfange halt Sport zu machen und regelmäßig zu trainieren und dafür auch noch Geld zahle. Also es ging für die meisten auch gar nicht in den Kopf, dass ich dafür Geld zahle, in einem Verein zu spielen oder irgendwie, ja, ins Training zu gehen oder was auch immer. Die meisten, die draußen Sport machten, das war immer so freizeitlich, hobbymäßig, Fußballplatz, Basketballplatz oder was auch immer. Aber in meinem Fall wollte ich halt Muskeln aufbauen, ich wollte etwas verändern, ich wollte eine Transformation erzielen, wie du wahrscheinlich auch, der gerade zuhört oder zusieht. Und ja, deswegen haben sich auch die Freunde, die sich damals nicht mit dem Einverstanden gefühlt haben, was ich halt erreichen wollte, haben sich dann irgendwie auch aus meinem Leben entfernt. Ganz normal und ganz natürlich. Und so war es bei mir und so kann es bei dir wahrscheinlich auch sein. Denn der Grund, warum das so ist, ist, weil viele Leute, die in einer Gruppe sind, wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen und wir gehen sehr gerne in Gruppendynamiken. Und es ist schon vorprogrammiert, dass wenn sich jemand aus dieser Gruppe entfernt oder seinen eigenen Weg geht oder irgendwie, wenn wir es ganz aus der Steinzeitperspektive betrachten, eine höhere Hierarchiestufe erreicht. Weil was passiert, wenn man anfängt, in seinem Mindset zu arbeiten, wenn man seinen Körper stehlt, auf seine Ernährung achtet? Man wird attraktiver, man wird selbstbewusster, man fühlt sich besser und so steigt man automatisch im Tierreich in der Hierarchie etwas weiter nach oben. Und die Leute, die damit nicht fein waren oder das sind auch die meisten, auch die Menschen, die dich lieben, wollen dich davon abhalten oder wollen jetzt nicht, wie etwas schlecht ist, aber sie wollen, dass du auf deren Ebene bleibst und gar nicht größer wirst oder heraufsteigst oder gar nicht ausbrichst, weil das etwas Ungewohntes für sie ist. Da sind wir wieder bei der Komfortzone. Für sie ist die Komfortzone, dass du mit deinen Menschen in deinem Umfeld bleibst für lange Zeit und keine Ahnung wie lange halt. Und wenn du versuchst rauszubrechen oder versuchst sie mitzureißen, was ich sowieso nicht empfehlen würde, weil es so viel Energie kostet, diese Menschen, die von innen heraus nicht motiviert sind, etwas zu verändern, mitzureißen, das wird sowieso nicht klappen. Aber die wollen dich auf der gleichen Ebene halten, weil es ihnen Gefahr ausstrahlt, wenn du dich entfernst oder versuchst besser zu werden. Und so war es auch bei mir. Also bei mir wurden erst einmal Witze darüber gemacht und dann hat mich jeder mein Ding machen lassen und so weiter. Aber als die ersten Erfolge da waren, haben meine Freunde es vielleicht gefeiert, aber am Ende fanden sie es dann doch nicht so geil, dass ich dann weniger Zeit für sie hatte, weil ich zum Beispiel an einem Freitagabend lieber ins Gym gegangen bin, als mit denen jetzt irgendwie stumpf zu saufen. War halt so. Und ja, dementsprechend kamen dann andere Leute in meinem Leben, die das schon eher gemacht haben, die damit mehr Verständnis hatten und auch vor allem, die auch mehr trainiert haben und generell in dieser Bubble sich mehr bewegt haben. Und wenn wir jetzt wieder auf das Thema Umfeld und Abnehmen zu sprechen kommen, das ist genau der Grund, warum du vielleicht ein Umfeld hast, das es dir schwer macht, abzunehmen oder generelle Muskulatur aufzubauen. Angenommen, du gehst mit deinen Freunden regelmäßig zu McDonalds essen oder wo auch immer. Und das ist so wie so ein Ritual, dass ihr am Samstagabend, Freitagabend, wann auch immer euch im Restaurant trefft und dort wahrscheinlich immer das Gleiche isst oder ein paar neue Sachen ausprobiert, aber ihr trefft euch generell wegen dem sozialen Aspekt und um euch zu vernetzen und generell eine gute Zeit zu haben. Euch wird es dann ziemlich schwer fallen, wenn ihr dann diese Routine, dieses Ritual aus eurem Leben streicht, vor allem auch für eure Freunde. Weil ihr wisst ganz genau, hey, okay, jetzt bin ich auf dem Fitnessfilm, ich will mich gesund ernähren, ich will vielleicht früher schlafen gehen, ich will vielleicht ins Training, statt so viel Mist zu essen. Und das jetzt meinen Freunden zu erklären, das ist jetzt nicht so einfach, weil da kommt schnell dieser Gedanke auf, okay, wir, also die Freunde, sind dir nicht wichtig genug oder es gibt ein Ziel, was wichtiger ist als wir. Und das hört keiner gern. Niemand hört gern, dass es etwas Wichtigeres im Leben gibt als man selber. Was auch vollkommen normal ist, weil jeder guckt irgendwie selber auf sein Leben und das weiß auch jeder. Aber trotzdem, wir wollen die Leute das nicht hören. Und in dem Fall ist es vielleicht besser, wenn man sich halt Leute sucht, die am gleichen Strang ziehen wie du und die vielleicht das gleiche Ziel sogar haben. Wenn es Abnehmen ist, dann suchst du dir Leute, die generell auch auf ihrer Abnehmreise sind. Und das wird dir viel leichter fallen, einfach diese soziale Bindung und diese Kompetenz auch mit Leuten aufzubauen, die in die gleiche Richtung schauen. Angenommen, die Leute jetzt, die mit dir ins Restaurant gegangen sind, wollen auch alle abnehmen. Dann macht ihr vielleicht weniger Restaurantbesuche und so weiter und geht vielleicht selber mal kochen. Oder macht irgendwie gemeinsam Sport, geht laufen, geht spazieren, was auch immer. Bewegt euch draußen in der Natur. Das macht man halt, wenn die Leute das gleiche Ziel haben, die gleichen Interessen. So bilden sich Gruppen. Warum entstehen wohl heutzutage jetzt auch diese ganzen Runclubs oder Running Clubs, wie die heißen? Weil sich Leute, gleichgesinnte Treffen, das gleiche machen und eine geile Zeit haben. Und es ist auch vollkommen okay, wenn man halt in dieser Zeitspanne Leute hat, die nur dafür da sind. Wenn du nur Trainingspartner hast, mehr nicht und das vielleicht nicht wirklich Freunde sind, sondern Leute, mit denen du einfach trainieren gehst, ist es auch völlig fein. Du hast einmal die soziale Schiene, dass Leute bei dir sind beim Training und an den gleichen Strang ziehen. Und du hast einmal auch den Accountability-Aspekt, dass einfach Leute dir zusehen auf deiner Reise und erwarten, dass du Fortschritte erzielst. Weil wenn du das nicht machst, dann, wenn es ein guter Freund ist oder vielleicht auch ein Coach oder ein Berater, was auch immer, dann würde dir auch sagen, hey, was ist da los? Warum warst du nicht beim Training und du hast es dir doch vorgenommen und dir ist es wichtig. Siehst du, die werden nachhaken, die werden nachpiksen und das wird innerlich dir einen kleinen Druck bescheren, dass du halt wirklich die Sache ernst nimmst und wirklich auch damit startest. Um dir noch ein bisschen mehr Kontext zu geben oder ein bisschen mehr Tipps zu geben, wie du dir auch so ein Umfeld aufbaust. Weil es ist nicht ganz so einfach. Also die Freunde, die neuen Freunde, die man findet, die wachsen nicht irgendwo auf dem Baum oder die trifft man jetzt auch nicht so random auf der Straße. Manchmal schon, aber nicht immer. Deswegen gebe ich dir mal den Tipp mit, dass du einfach versuchst, mit jemandem trainieren zu gehen. Du wirst bestimmt jemanden kennen, der das gleiche Ziel hat wie du und du einfach mal selber Initiative ergreifst und den Kontakt herstellst. Weil du kennst bestimmt jemanden in deinem Umfeld, der gerade das gleiche Ziel hat wie du oder der es schon mal versucht hat und aufgegeben hat. So, diese Person in deinem Netzwerk kontaktierst du einfach und machst dir irgendwas mit ihr aus. Machst einen Plan. Sagst dir, hey, wir gehen jetzt einmal gemeinsam trainieren, weil ich habe gerade auch das gleiche Ziel wie du und es würde ja ziemlich gut passen, wenn wir da einfach ein bisschen mehr Zeit verbringen jetzt. Das mag am Anfang etwas unangenehm sein, vor allem, wenn man es noch nie gemacht hat, weil die Leute halt Angst haben, für das, was man ist, abgelehnt zu werden. Wenn du weißt, mir ist das Ziel so wichtig genug, dass ich jemand anderen mit ins Boot holen wollen würde und der Unterschied ist, dass ich jemanden ins Boot hole, der auch darin interessiert ist, der Interesse hat, mit mir gemeinsam zu starten, dann ist es viel schwieriger für das menschliche Gehirn, das zu tun, weil die Angst, das Verlangen so groß ist, dass man diese Person mit ins Boot holen will und gleichzeitig auch die Angst, abgelehnt zu werden für das, was man ist, für das, was einem wirklich wichtig ist, noch viel größer wird. Aber überwinde hier deinen Schatten. Versuch wirklich, dass du diese Kontakte herstellst, weil sie werden dir einerseits die Abnehmreise viel leichter gestalten, weil du halt Leute hast, die am gleichen Strang ziehen und andererseits wird es dir viel einfacher fallen, daraus einen Lebensstil zu kreieren. Weil angenommen, dir gefällt die ganze Reise, das ganze Trainieren, das ganze Gesunde ernähren und so weiter, sich auf seinen Körper besinnen, sich wohlfühlen und so weiter, dann wird das ein Lifestyle irgendwann werden, wie es bei mir ist. Und so ziehst du automatisch Leute an, die genau das Gleiche wollen, die sich wohlfühlen wollen in ihrer Haut und auch auf ihren Körper achten. Und wenn du das am Anfang mal gemacht hast, wo es am härtesten ist, dann wird es in der Zukunft viel, viel einfacher werden, hier neue Kontakte zu knüpfen, Gleichgesinnte zu finden und dann auch mit diesen Leuten ein cooles, entspannendes Leben zu verbringen. Also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, dass du die Leute suchst, die am gleichen Strang ziehen, die gleichen Ziele haben und am Ende auch mit dir die Reise gehen. Weil es gibt nichts Schöneres, als Leute später einmal in der Zukunft zu erzählen. Weißt du noch damals, als du mit mir gemeinsam oder als wir gemeinsam das durchgezogen haben, das kennst du vielleicht, wenn du irgendwelchen Urlaub hast mit Freunden, der schon lange her ist und du trotzdem immer dieses Nostalgiegefühl hast, hey, damals im Urlaub, das war so geil und keine Ahnung, in der Jugend oder was auch immer. Hier ist es genau ähnlich. Also such dir Leute, die am gleichen Strang sind wie du und generell in die gleiche Richtung schauen. Das wird dir beim Abnehmen oder auch generell beim Muskeln aufbauen sehr, sehr helfen. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch auf YouTube zugesehen, weil ihr wisst ja, meine Podcast-Folgen sind jetzt auch auf YouTube online. Weiß nicht, wann die online kommt genau, aber ich werde mich auf jeden Fall bemühen, jetzt wieder auch regelmäßiger hier Content zu posten, weil das Podcast macht mir sehr viel Spaß, vor allem auch mit dem Video, dass ich euch dabei eingucken kann. Und ja, lasst dem Video ein Like da und dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, abnehmen ohne Verzicht. Ciao, ciao.